Überprüfen Sie vor Fahrtantritt die Funktionsfähigkeit Ihrer Lichtanlage. Profete E-Bikes sind mit der sogenannten Light-On-Funktion ausgestattet. Hier lässt sich das Licht am Display an- und ausschalten und wird mit Strom aus dem Akku gespeist, auch im Stand. Bei Rädern mit Nabendynamo müssen Sie lediglich den kleinen On-Off-Schalter am Scheinwerfer auf On stellen, um die Beleuchtung einzuschalten. Drehen Sie das Vorderrad, um Scheinwerfer und Rücklicht zu überprüfen. Bei Rädern mit Seitendynamo nehmen Sie die Lichtanlage durch Anklicken des Dynamos in Betrieb. Heben Sie das Hinterrad an und treten Sie einmal die Kurbel, um die Lichtanlage zu überprüfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017